Wenn Sie das Keypad einrichten möchten, gehen Sie auf die Weboberfläche der Außenstation und loggen sich dort ein. Anschließend gehen Sie in die lokalen Einstellungen, überprüfen, ob das Keypad richtig eingebunden wurde und gehen in die Zugangskontrolle. Dort in die Passwortverwaltung und drücken anschließend auf hinzufügen. Nun können wir einen Namen vergeben, in unserem Fall Test, und ein Passwort. Wir nehmen 123456. Dies bestätigen wir mit Speichern. Nun ist das ganze System eingepflegt und wir können dies an der Außenstation testen. An der Außenstation drücken wir nun die Raute-Taste und geben unser Passwort ein. In diesem Fall die 123456 und bestätigen dies mit Raute-Taste. Geöffnet.